Herzlich willkommen zur zweiten Videolösung. Wir wollen heute ein Problem aus der Elektrostatik behandeln und zwar eine homogen geladene Scheibe. Die Scheibe ist hier aufgezeichnet. Sie hat einen Radius Groß R, eine homogene Flächenladungsdichte Sigma. Ich habe sie als positiv geladen angenommen. Sie ist infinitesimal dünn und die Symmetrieachse hier ist die Z-Achse. Die X-Achse liegt in der Scheibe drin. Die Aufgabenstellung möchte jetzt, dass wir das elektrische Feld auf der Symmetrieachse berechnen und dann insbesondere zwei Grenzfälle anschauen. Den einen, in dem der Radius dieser Scheibe immer größer wird, gegen unendlich geht und Z klein ist gegenüber dem Radius und das andere, dass wir in einen sehr großen Abstand gehen, also Z gegen unendlich gehen lassen. So, jetzt sehen wir in unserer Zeichnung noch ein paar weitere Details eingezeichnet, wie wir vorgehen wollen, um das Feld zu berechnen. Wir werden hingehen und werden über kleine Ladungsmengen dq integrieren, die uns an einer Stelle p hier auf der Symmetrieachse, auf der Z-Achse, ein elektrisches Feld machen. Aus Symmetriegründen wird dieses elektrische Feld immer in Z-Richtung sein, weil die Komponenten von dq, die in diese Richtung gehen, werden kompensiert werden von einer anderen Ladung dq' hier drüben zum Beispiel, die zu einem Beitrag in umgekehrter Richtung führt. Das heißt, aufaddieren werden sich nur die Sachen in Z-Richtung. Wir haben diese Ladung klein dq bei einem Radius klein r und die Koordinate von diesem Punkt ist gekennzeichnet zusätzlich noch durch den Winkel phi hier, gemessen von der x-Achse aus. Wir betrachten eine kleine Ladungsmenge dq im Abstand r, die von r bis dr plus r geht. Also wir haben eine kleine Ladung da sitzen. Wir haben hier oben vom Punkt p in Richtung dq noch den Winkel Theta. Und mit diesen Größen zusammen können wir uns einige geometrische Beziehungen aufschreiben, die uns gleich die Integration ermöglichen werden. Gut, mit den so eingeführten Größen zusätzlich noch der Länge s hier, haben wir, dass der Kosinus des Winkels Theta gerade die z-Koordinate vom Punkt p, das ist klein z, dividiert durch s ist. Und wegen Pythagoras haben wir natürlich, dass s² gleich z² plus r² ist. Und daraus erhalten wir einfach, dass der Kosinus Theta dividiert durch s² gerade z dividiert durch in Klammern z² plus r² hoch 3 halbe sein muss. Damit kann ich jetzt den ersten Schritt machen, dass ich die kleinen dqs hier aufintegriere zu der Ladung dq. Jetzt erhalten wir die Ladung dq vom ganzen hier blau gezeichneten Ring, indem wir die Ladung q von 0 bis 2π integrieren. Einmal diesen Kreis entlang. Das ist nichts anderes als die Flächenladungsdichte zu nehmen. Sigma, die ja überall auf der homogen geladenen Scheibe gleich ist, multipliziert mit der Fläche von kleinen, die kleinen dq ausfüllt hier. Das ist nämlich einfach r d r d phi. Und das phi integrieren wir von 0 bis 2π. Das heißt, wir erhalten 2π für dieses Integral und haben weiter noch r d r und Sigma da stehen. Und damit haben wir die ganze Ladung, die auf diesem blauen infinitesimal dünnen Ring hier mit Radius r bis r plus dr liegt. Als nächstes können wir ausrechnen, welches elektrische Feld von dieser Ladung dq im Punkt p erzeugt wird. Also das elektrische Feld, was hier im Punkt p von der Ladung des Rings erzeugt wird, hat ja nur eine Komponente in z-Richtung. Habe ich aus Symmetriegründen schon argumentiert. Das heißt, die Komponente in z-Richtung, das d e z, wird das d e mal dem Kosinus des Winkels θ sein. Das heißt, ich erhalte d e z jetzt dadurch, dass ich 1 durch 4π ε0 mal die gesamte Ladung vom Ring, das ist dq, geteilt durch den Abstand s² mal Kosinus θ nehme. Damit können wir jetzt Kosinus θ dividiert durch s² von hier oben, wie schon da ausgerechnet, einsetzen. Und diesen Ausdruck für d e z können wir jetzt von 0 bis r integrieren, um e z zu erhalten. Wir setzen also wieder ein und haben das Integral von 0 bis R zu rechnen von diesem Ausdruck hier. r d r dividiert durch in Klammern z² plus r² hoch 3 halbe. Und an dem Zeitpunkt hier ist jetzt wichtig, dass wir überlegen, wie wir so ein Integral lösen können. Und eins der Ziele dieser Aufgabe ist es, dass Sie hier sehen, wie man substituieren kann. Wenn Sie also nicht schon wissen, wie Sie dieses Integral lösen wollen, müssen Sie irgendwelche Versuche unternehmen zum Substituieren. Bei so einem Format hier ist es sinnvoll, dass Sie sich diesen Klammerterm anschauen und zum Beispiel ansetzen, dass wir eine Substitutionsvariable x gerade z² plus r² nehmen. Das ist natürlich so gewählt, dass es direkt auch klappen wird. Wenn Sie aber anschauen, die Ableitung von x nach r gibt gerade 2r, sodass Sie für r mal dr dx halbe ersetzen können. Jetzt haben wir hier im Integral gerade r mal dr. Das gibt uns das dx halbe da drin. Und hier kriegen wir einfach unser x hoch 3 halbe. Und das ist einfach zu integrieren. Also setzen wir ein, haben wir das Integral hier über 1 halb mal x hoch minus 3 halbe dx zu nennen. Wir müssen die Integrationsgrenzen natürlich so anpassen, dass gerade hier unser 0 mit der Substitution z² ergibt. Die obere Grenze ist dann analog z² plus R². x hoch minus 3 halbe aufintegriert, gibt hier unser minus x hoch minus 1 halbe. Und wir haben noch einen 2 und einen 1 halb, die sich gerade wegheben. Jetzt können wir einfach einsetzen und erhalten das Ergebnis. Wir erhalten also unser σ durch 2y0 mal z, die Integrationsgrenzen eingesetzt hier, sehen, dass wir das z mit dem 1 durch Wurzel z² sinnvoll verheiraten können und erhalten diesen Ausdruck. Es ist natürlich wichtig zu beachten, dass wir wegen der Wurzel aus dem z² beide Vorzeichen möglich haben hier, also plus minus 1. Und dann haben wir minus, und das ist dieses z hier reingeholt, z über der Wurzel aus z² plus R². Das Plus steht jetzt für positive z, das Minus für negative z. Das heißt, wir haben zwei separate Lösungen für das elektrische Feld, die sich auch hier mit dem Vorzeichen unterscheiden. Das ist auch klar, weil zusätzlich zu dem Punkt p, den wir hier auf der positiven x-Achse eingezeichnet haben, haben wir analog einen Punkt hier unten, z.B. p' und in dem wird das elektrische Feld, was wir als Lösung erhalten für unser Problem, natürlich in die andere Richtung zeigen. Weil klar ist, das elektrische Feld ist ja so definiert, dass es von den positiven Ladungen wegzeigt, also in beide Richtungen. und plus und minus z weggehen wird von dieser geladenen Scheibe. Also schriftlich sieht das dann so aus. Wir haben das elektrische Feld an der Stelle z gleich minus dem Feld an der Stelle minus z. Also hier die Symmetrie um die z gleich Null Ebene. Wir möchten jetzt untersuchen, was passiert, wenn die Plattengröße gegen unendlich geht, also der Radius geht gegen unendlich. Gemeint ist dabei gleichzeitig, dass wir das Feld an einem Punkt z auswerten, wo r also sehr groß ist gegenüber dem Abstand z. In dem Fall wird hier hinten dieses r² das Ganze dominieren, das heißt der Term hinten wird Null werden. Und wir kommen raus mit plus minus Sigma durch 2 Epsilon Null. Das ist das Ergebnis, was wir auch einfach in der Vorlesung erhalten haben für die unendlich ausgedehnte Ebene. Und Sie erinnern sich daran, dieses Feld der unendlich ausgedehnten Ebene hat keine Abstandsabhängigkeit mehr, sondern ist konstant im ganzen Raum, also beziehungsweise im Halbraum und hat im anderen Halbraum das umgekehrte Vorzeichen, wie wir da schon aufgeschrieben haben. Den anderen Grenzfall der Aufgabenstellung, nämlich, dass wir z gegen plus unendlich gehen lassen, also gleichzeitig muss z auch sehr groß gegen r werden, haben wir auch schon in der Vorlesung besprochen, indem wir das Gesetz von Gauss angewendet haben. Wenn Sie das tun, dann wissen Sie, das elektrische Feld ist also gleich der gesamten Ladung q geteilt durch 4pi Epsilon Null mal 1 durch z². Also Sie stellen sich vor, Sie schließen das Ganze in einer Kugel ein, gehen weit davon weg, dann wird das das elektrische Feld sein. Diese gesamte Ladung q ist jetzt nichts anderes als pi r², die Fläche dieser homogen geladenen Scheibe, mal der Flächenladungsdichte Sigma. Das pi wird sich jetzt natürlich rauskürzen, sodass wir also hier ein r² Sigma über 4 Epsilon Null haben und 1 durch z² als Abstandsabhängigkeit. Soweit so gut, aber wir möchten gern auch ausgehend von diesem Ergebnis hier sehen, dass das elektrische Feld genauso rauskommt wie beim Gesetz von Gauss. Und das ist ein weiteres, was Sie lernen können hier in dieser Videolösung, wie Sie diese Näherung machen, um aus der Gleichung dieses Ergebnis zu bekommen. Also mit dem Ergebnis, was wir hier haben für e z gleich Sigma durch 2 Epsilon Null mal diesem Klammerterm, können wir also e z schreiben, Sigma durch 2 Epsilon Null mal eine Funktion, die nur von r und z abhängt. Der Grenzfall, der uns jetzt interessiert, nämlich dass z gegen plus und endlich geht und dass z groß ist gegenüber r, führt uns dazu, dass wir eine kleine Variable einführen, Epsilon als Quotienten aus r² und z². Und damit ist dieses Epsilon klein gegen 1. Ist eine positive Zahl, aber klein gegen 1. Und diese Funktion f ist dann nur noch eine Funktion von Epsilon. Hier hinten können wir in dieser Wurzel z² ausklammern. Es kommt also ein z raus, kürzt sich gegen dieses z. Und ich habe hier 1, weil ich auf der positiven Seite bin, gegen plus und endlich, gibt es das plus 1 hier. 1 minus 1 durch die Wurzel aus 1 plus Epsilon. Das ist jetzt eine Zahl, die klein ist, gegen 0 geht. Und deswegen darf ich die Funktion f an der Stelle 0 linear nähern. Die lineare Näherung geht so. Also f von Epsilon ist der Funktionswert an der Stelle 0. Das Epsilon geht ja gegen 0, wenn z gegen plus und endlich geht. Plus die erste Ableitung, also die Steigung dieser Funktion an der Stelle 0 mal Epsilon. Plus, jetzt kämen höhere Terme. Leute, die das aus Analysis schon kennen, wissen, wir berufen uns da auf den Satz von Taylor, der uns erlaubt, jede Funktion so zu entwickeln. Natürlich jetzt hier mit höheren Ableitungen noch. Wir müssen uns also die erste Ableitung der Funktion f besorgen. Hier ist f' von Epsilon. Der Term fällt weg. Das Minus bei der Ableitung cancelt sich gerade da, sodass wir hier haben, ein Halbmal in Klammern 1 plus Epsilon hoch minus 3 Halbe. Und ich muss das an der Stelle 0 auswerten. Das ist einfach. Das ist gerade ein Halb. Und damit kann ich den Term nehmen, eingesetzt, hier oben einsetzen und erhalte EZ. Also damit erhalten wir jetzt EZ ist gleich Sigma durch 2 Epsilon 0. Und jetzt haben wir unser f genähert. Stehen wir hier f von 0 plus f' von 0 mal Epsilon. Und das ist dann, wenn wir einsetzen, weil f von 0 0 ist. f' von 0 ist gerade ein Halb. Das gibt mit dem Sigma durch 2 Epsilon 0 hier ein Sigma durch 4 Epsilon 0. Und Epsilon ist ja gerade R² durch Z². Das heißt, wir erhalten das Ergebnis für EZ ungefähr gleich. Aber natürlich im Grenzfall, wo wir Z gegen unendlich gehen lassen, wird es genau gleich diesem Ausdruck hier. Und wir realisieren natürlich, das ist der gleiche wie der, den wir da drüben mithilfe vom Gesetz von Gauss erhalten haben. Was das hier wertvoller macht als das ist, das gilt nicht nur im Grenzfall, sondern ich kann das auch für beliebige Abstände Z hinschreiben, wenn ich möchte. Wenn Sie nochmal überlegen, was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, das Gesetz von Gauss ist natürlich toll, wie wir in der Vorlesung auch gesehen haben in dessen Anwendung. Und trotzdem kann ich viele Sachen auch direkt ausrechnen. Wenn Sie direkt ausrechnen, haben Sie keine Angst vor einfachen Integralen, wo man auch mal substituieren muss. Das war vielleicht der erste Trick da, dass Sie sehen, okay, ich kann was entsprechendes substituieren und das bringt mich auch weiter. Denken Sie daran, wenn Sie eine Wurzel aus einem Quadrat ziehen, dass es beide Vorzeichen gibt als Lösungen, die uns dann gesagt haben, aha, wir haben positive und negative Richtungen in Z für das elektrische Feld. und zu guter Letzt haben wir hier gesehen, eine Funktion von einem sehr kleinen Parameter lässt sich um 0 entwickeln und damit stark vereinfachen und führt mich zur Lösung. Ich hoffe, es hat Ihnen auch von der Mathematik her was gebracht und freue mich auf die nächste Videolösung.